Das ist Anton. Er hat vor kurzem seine Berufsausbildung begonnen und findet, dass in seinem Ausbildungsbetrieb nicht alles optimal läuft. Zuhause erzählt er seiner Mutter davon. Die arbeitet in einem großen Unternehmen und erklärt Anton, dass Arbeitnehmer in Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten nach dem Betriebsverfassungsgesetz das Recht auf Mitbestimmung haben. Anton findet das interessant und möchte nun ein Teil des Betriebsrats werden. So könnte er die Arbeitsbedingungen bei sich im Unternehmen mitgestalten. Doch wie wird man eigentlich Betriebsratsmitglied? Direkt am nächsten Tag findet er heraus, dass die Wahl hierfür bereits stattgefunden hat. Und nicht nur das. Um sich für die Wahl aufstellen zu lassen, hätte er bereits sechs Monate für das Unternehmen tätig sein müssen. Ein wenig enttäuscht sucht er den Betriebsrat auf, um sich über seine Möglichkeiten zu informieren. Er trifft auf Herrn Schmidt, der ihm erzählt, dass es für ihn als Azubi eine Alternative zum Betriebsrat gibt, nämlich die Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz JAV. Diese setzt sich vor allem für die Interessen der jungen Beschäftigten ein und einer ihrer Vertreter darf auch an den Betriebsratssitzungen teilnehmen. Anton hat Glück, denn schon wenige Wochen später ist es soweit. Die Wahl findet statt. Anton wird in die JAV gewählt und nimmt gespannt an seiner ersten Betriebsratssitzung teil. Heute auf der Tagesordnung, Arbeitszeit, Personalplanung, Sozialeinrichtungen, Zeiterfassung und Leistungskontrolle. Anton verlässt die Sitzung mit einer wichtigen Erkenntnis. Er kann selbstbewusst seine Rechte einfordern und bei der Gestaltung der Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebung mitbestimmen. Der Betriebsrat und auch die JAV vertreten in Unternehmen die Interessen der Beschäftigten und tragen zur Konfliktlösung bei. Gute Arbeitgeber sehen in Betriebsräten eher eine Chance als eine Pflicht. Zum Beispiel machen Betriebsräte Firmen nachweislich produktiver. Jedoch kann es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien kommen. Und dabei können beide Seiten auch einmal den kürzeren ziehen. Nicht zuletzt deswegen gibt es für die Mitglieder des Betriebsrats einen besonderen Kündigungsschutz. Sie dürfen während ihrer Amtszeit und ein Jahr danach in der Regel nicht gekündigt werden. Anton bereut seine Entscheidung nicht. Ganz im Gegenteil. Er hat erkannt, dass man gemeinsam sehr viel erreichen kann. Und freut sich schon auf die nächste Betriebsratssitzung.